Hey und herzlich willkommen bei Search One, dem Magazin für Online-Marketing. Mein Name ist Sascha und ich zeige euch heute das Theme Divi. Divi ist von Elegent Themes und gilt als das beliebteste Theme der Welt. Mal schauen, was es damit auf sich hat. Solltest du dich für Divi entscheiden, dann musst du lediglich hier oben auf Pricing klicken und dann kannst du dich zwischen diesen beiden Plänen entscheiden. Einmal 89 Dollar pro Jahr und einmal 249 Dollar einmalig. Das heißt, wenn du diesen Betrag bezahlst, dann hast du kein Abo, sondern bist einmal fein raus. Ob Divi das Theme für dich ist, das müssen wir jetzt natürlich erstmal rausfinden. Aber solltest du dich dafür entscheiden, dann klickst du einfach auf Sign Up Today, füllst deine Daten aus und kompletierst die Registration und dann bekommst du auch schon eine E-Mail mit den Download-Hinweisen. Wenn du alle Downloads durchgeführt hast, dann bekommst du etwa das hier. Ein Verzeichnis mit 5 ZIP-Dateien und darin ist doch wirklich alles enthalten. Auf dieser frischen WordPress-Installation zeige ich dir jetzt, wie man Divi installiert und vor allem welchen Funktionsumfang es hat. Beginnen wir mal mit der Installation von Divi. Zuerst gehen wir auf Design und Themes. Dann fügen wir ein neues Theme hinzu. Und da wir ZIP-Dateien vom Hersteller bekommen haben, wollen wir das Theme hochladen. Datei auswählen. Und das sind die Dateien, die wir bekommen haben. Hier ist das Divi-Theme. Hier ist das Extra-Theme. Monark und Bloom sind jeweils Plugins. Und dann gibt es noch den Divi-Bilder. Der Divi-Bilder muss aber nicht installiert werden, wenn wir entweder das Divi oder das Extra-Theme installieren. Also, ich klicke auf Divi und auf jetzt installieren. Divi ist installiert. Jetzt brauchen wir es nur noch aktivieren. Klicke hier drauf und schon ist Divi installiert. Nach der Installation gibt es hier den Hinweis auf die Divi-Dokumentation. Das mache ich mal in einem neuen Reiter auf. Die Dokumentation ist eingeteilt in die Module, in die Basics, wie man den Bilder genau einsetzt, die Library und wie man Divi anpasst. Und ich kann nur sagen, gerade die Module zum Beispiel, es gibt zu jedem Modul, zu jedem Content-Element, zum Beispiel zum Video-Slider oder zum Video-Modul und zum Text-Modul, einen eigenen Beitrag und in der Regel auch ein Video, welches dieses Modul erklärt. Zwar auf Englisch, aber immerhin. Als nächstes können wir uns die Website einmal ansehen. Und hier ist sie nun. Recht unspektakulär. Aber so sieht Divi nach der Neuinstallation eben aus. Um zu sehen, was Divi kann, sollten wir eine neue Seite erstellen. Geben wir der Seite mal einen Titel. Und jetzt ganz wichtig, verwenden Sie den Divi-Bilder. Bei der ersten Verwendung können wir uns eine Tour ansehen. Das überspringe ich jetzt mal. Und klicke auf Mit dem Aufbau beginnen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder bei Null anzufangen, also mit einem ganz neuen Layout. Oder ich kann ein vorgefertigtes Layout auswählen. Oder ich kann eine bestehende Seite klonen. Ich habe noch keine Seiten. Deswegen wähle ich jetzt einfach mal ein vorgefertigtes Layout aus. Und jetzt kommt's. Womit Divi wirklich glänzt, sind die Anzahl der verschiedenen Layouts, die ich vorauswählen kann. Und auch die Qualität der Layouts selbst. Hier können wir mal durchscrollen und sehen, was es alles tatsächlich gibt. Mir gefällt dieses Full-Service-Digital-Marketing-Layout-Pack sehr gut. Deswegen klicke ich einfach mal da drauf. Und wie wir sehen, haben die Layout-Packs nicht nur eine einzelne Seite oder bestehen aus einer einzelnen Seite, sondern sie bieten direkt Layouts für diverse Unterseiten. Und das ist natürlich sehr wichtig. Ich kann mir übrigens auch eine Live-Demo anschauen, wenn ich möchte. Möchte ich jetzt aktuell nicht. Deswegen verwende ich einfach mal dieses Layout. Ich werde hier jetzt meinen Benutzernamen und meinen API-Schlüssel eintragen und dann auf Senden klicken. Nach dem Registrieren wird das Pre-Made-Layout importiert. Und schon ist das Layout fertig. Schauen wir uns einfach mal an, was uns Divi hier geliefert hat. Wir sehen also, wenn wir mit der Maus über die verschiedenen Boxen fahren, dann werden jede Menge Bedienelemente angezeigt, mit denen wir etwas unternehmen können. Aber scrollen wir erstmal durch die Seite durch. Das sieht schon wirklich sehr elegant aus, was Divi hier bietet. Übrigens gibt es hier unten auch nochmal ein paar Buttons, mit denen sich zentrale Funktionen ausüben lassen. Ich scrolle runter. Ja, das ist ja schon mal sehr gut brauchbar für ein Layout, für zum Beispiel eine Digitalagentur. Wenn ich etwas an diesem Text ändern möchte, dann muss ich ihn lediglich markieren und etwas Neues eintippen. Und das war's schon. Ich kann jedoch nicht nur den Text abändern, sondern regelrecht alles, was hier zu sehen ist. Und das dank des Divi-Bilders, der ja in Divi im Theme selbst auch mit enthalten ist. Wenn ich also zum Beispiel die Hintergrundgrafik in dieser großen Box hier ändern möchte, dann klicke ich hier oben auf das Einstellungen-Icon. Und hier könnte ich dann sozusagen die Hintergrundgrafik, ich entferne sie jetzt einfach mal, rausnehmen. Ja, oder eine eigene Hintergrundgrafik einbauen. Wenn ich die Seite jetzt speichern möchte, dann gehe ich hier unten auf die drei Punkte. Entwurf speichern oder direkt veröffentlichen. Wenn ich mir die Seite jetzt ansehen möchte, dann klicke ich einfach auf visuellen Bilder verlassen. So sieht meine Seite aus, ohne den visuellen Bilder. Schauen wir uns einfach noch ein paar weitere Seitenlayouts an. Neue Seite erstellen. Nennen wir die einfach mal Divi 2. Wir verwenden den Divi-Bilder. Pre-Made-Layout. Welches Layout nehmen wir denn jetzt? Vielleicht mal irgendetwas ganz anderes. Ja, ein Pottery-Studio. Auch nicht schlecht. Eine Töpferei. Ja, warum eigentlich nicht? Wow, das ist natürlich auch eine sehr schöne Seite. Rollen wir mal durch. Und so einfach ist es auch wirklich, mit Divi zu arbeiten. Also wenn es darum geht, Seiten zu erstellen. Du musst nur deinen Layout-Typ finden. Und was sehen wir denn hier? Hier haben wir schon ein bisschen, ich würde sagen, hier ist ein kleiner Bug im Theme selbst oder in dieser Layout-Variante. Das müssten wir uns dann mal angucken. Recent Products Per Page. Vielleicht liegt es daran, dass wir noch keine Produkte diviniert haben und deswegen diese Box nicht ausgefüllt werden kann. Ja, aber ansonsten, die Bilder sehen auch super aus. Die können wir ja auch verwenden. Wir müssen eigentlich nur unsere Daten entsprechend anpassen. Warum nicht direkt eine weitere Seite erstellen, weil es so viel Spaß macht? Das wäre dann Divi 3. Nochmal auf Pre-Made-Layout. Gut, dass Divi auch hier die Möglichkeit bietet, ein Layout zu finden. Übrigens, wenn ich ein Layout suchen sollte zu etwas, sagen wir mal Coffee, dann sehe ich auch direkt, welche Möglichkeiten ich hier habe. Und warum nicht einmal hier so eine French Press Seite erstellen. Use this Layout. Übrigens, wenn ich im Nachhinein nicht zufrieden bin mit meiner Auswahl und lieber eine Kontaktseite erstellen möchte, dann einfach hier draufklicken und Use this Layout. Und schon habe ich stattdessen eine Kontaktseite mit einer Karte. Wunderbar. Und hier drin kann ich wahrscheinlich auch, wenn ich das Feld Name dupliziere, dann kann ich eines davon umbenennen. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn ich das jetzt Vorname nenne und das Name Vorname so. Und jetzt habe ich ein Feld für Vorname und ein Feld für Name. Ich habe diese Seite jetzt einfach mal gespeichert und wir können sie uns später nochmal angucken. Aber um ein bisschen tiefer in Divi einzutauchen, sollten wir uns jetzt mal ein bisschen systematischer anschauen, was denn nun das Feature Set ist. Für jedes Theme interessiert uns, wie die Arbeit mit den Content-Elementen, auch manchmal Content-Module oder auch Content-Blöcke genannt, funktioniert. Also probieren wir es einfach mal mit dem Divi-Bilder aus. Ich klicke auf Neue Seite erstellen und verwende gleichzeitig den Divi-Bilder. Diesmal möchte ich allerdings nicht ein vorgewähltes Layout verwenden, sondern mit der Seite von vorne anfangen, also mit einer leeren Seite. Also klicke ich auf Neu aufbauen. So sieht Divi aus, wenn wir ganz von vorne anfangen. Und ich möchte jetzt hier erstmal nicht draufklicken, einfach nur, um zu zeigen, dass es möglich ist, jetzt entweder innerhalb dieser ersten Zeile etwas einzufügen oder eben auch unterhalb dieser Zeile mit einem neuen Abschnitt zu beginnen. Wichtig ist das deswegen, weil wir hier unten, wenn wir einen neuen Abschnitt beginnen, sehen, dass wir verschiedene Zeilen, verschiedene Typen von Zeilen einfügen können. Entweder reguläre, das dürfte dann auch die gleiche Zeile sein wie hier oben, eine spezielle Zeile. Das ist dann quasi eine Kombination von Zeilen und Spalten in einem ganz bestimmten Layout oder aber einen Abschnitt von voller Breite. Und was hier zu wissen ist bei Divi, ist, wenn wir volle Breite als Abschnitt auswählen, dass wir dann auch nur die Content-Module einsetzen können, die tatsächlich über die volle Breite gehen. Also zum Beispiel ein vollbreites Bild. Machen wir das einfach mal. Hier ist das vollbreite Bild und wählen wir mal die Kaffeebohnen aus. Vollständige Größe, das ist wichtig. Und dann ein Bild hochladen und schon haben wir eine Zeile mit einer einfachen Spalte beziehungsweise ein vollbreites Bild eingefügt. Okay, ich bestätige einfach mal und lösche dann einfach diese Spalte wieder. Denn das gilt ja nur zu Demonstrationszwecken. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie der Aufbau oder das Einfügen von Content-Elementen funktioniert. Zuerst brauche ich hier eine Zeile. Und wie wäre es einfach damit, dass wir mit einer Überschrift anfangen? Schauen wir mal hier durch. Und ich sehe auf jeden Fall den Post-Titel. Der bezieht sich aber dann eher auf die Beiträge. Und ja, wir haben hier einen einfachen Text, den wir einfügen können. Ich denke, damit sollte es funktionieren. Und schreiben wir einfach mal hier meine Überschrift und verwenden dann noch einen Stil von H1. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Bestätigen und fertig. Was mir persönlich bei Divi sehr gut gefällt, ist, dass es so einfach ist, mit den Abständen zu hantieren, diese zu verstellen. Also wenn ich zum Beispiel hier oben hingehe, dann kann ich den Abstand einfach durch Klicken und Ziehen verstellen. Wenn ich also zum Beispiel nicht möchte, dass der Abstand so groß ist, sagen wir 30 Pixel, das reicht. Und auch wenn ich hier reingehe, kann ich zum Beispiel den Abstand unter der Überschrift ja ganz einfach durch Klicken und Ziehen verändern. Und das macht die Arbeit doch sehr viel einfacher, als wenn ich Zahlen in irgendwelche Boxen tippen muss. Auch typisch für Divi ist, dass es so ein bisschen unübersichtlich ist, was die Pluszeichen zum Hinzufügen von weiteren Modulen oder Zeilen oder Spalten betrifft. Aber schauen wir uns das einfach mal an. Das erste Pluszeichen ist für das Einfügen eines neuen Moduls. Das heißt, hier kann ich jetzt zum Beispiel ein Bild einfügen oder irgendetwas anderes. Das zweite Pluszeichen ist zum Einfügen einer neuen Zeile, diesmal vielleicht sogar mit einem anderen Layout. Und das dritte Pluszeichen ist zum Einfügen eines ganz neuen Abschnitts. Ja, den ich dann wieder ganz anders aussehen lassen kann, wenn ich möchte. Ich möchte jetzt einfach mal einen weiteren Text unter meine Überschrift einfügen. Das heißt, ich klicke auf das erste Pluszeichen und gehe nochmal ganz runter und füge hier einen Fließtext ein. Wunderbar. Überschrift, Fließtext. Und jetzt möchte ich gerne die nächste Zeile einfügen. Und diese Zeile wird diesmal bei mir drei Spalten enthalten, sodass ich drei verschiedene Sachen hier einfügen kann. Wie wäre es damit, wenn wir an dieser Stelle einfach mal drei Bilder einfügen? Also, ich klicke auf Bild und wähle dann ein Bild aus. Sagen wir mal, diese drei Bilder hier. Sagen wir mal das da, das da und das da. Also nacheinander. Hier brauchen wir nicht die vollständige Größe. Mittel dürfte eigentlich auch ausreichen. Ja, das ist das Bild Nummer 1. Und dann hier das Bild Nummer 2 einfügen. Das wäre dann dieses hier auch wieder als Größe Mittel. Und das Bild Nummer 3 einfügen. Wir sehen, wie zügig das funktioniert. Wunderbar. Okay, die Bilder haben nicht genau die gleiche Größe, aber wenn du bei dir die Bilder einfügst, dann kannst du ja darauf achten, dass die genau richtig passen. Jetzt möchte ich noch ein paar weitere Module ausprobieren. Das mache ich aber in einem regulären neuen Abschnitt. Und ich denke, eine Zeile reicht vollkommen aus. Und was füge ich denn hier als nächstes ein? Nehmen wir doch einfach zum Test mal hier unten den Handlungsaufruf. Das heißt, wenn ich etwas habe, was ich ganz gerne verlinken möchte, beziehungsweise ein Produkt und eine Leistung und wenn du mehr Informationen hierzu haben möchtest, dann klicke jetzt auf den Button. Aber wo ist der Button? Hier ist noch gar kein Button. Der Button hat anscheinend einen Buttontext von Klicks. Wenn ich runterscrolle und das ist ganz typisch für die Arbeit mit Divi, es wird ein Content-Element eingefügt. Dann muss ich das natürlich noch anpassen. Da muss ja schließlich noch mein Content hin. Divi macht vieles, aber natürlich nicht meinen Content schreiben. Dann ruft man diese Box hier auf, die ich übrigens auch mit diesem Klick hier auch an der Seite festmachen kann, wenn ich möchte. Oder ich floate sie, kann sie dann hin und her ziehen, da, wo ich sie am liebsten haben möchte. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Und jetzt muss ich hier die Einstellungen vornehmen, die eben für mich wichtig sind. Klicke also hier auf zum Beispiel Link. Und wenn ich jetzt hier einen Link einfüge, so, dann sehe ich, dass auch mein Button tatsächlich erscheint. Er hat jetzt einen Buttontext von Klicks. Das ist natürlich nicht optimal, sondern Klicke hier ist mit Sicherheit ein bisschen besser. Und ich sehe hier auch, wie das dann aussieht, wenn ich mit der Maus drüber fahre. Das ist ja ganz nett. Und ja, so funktioniert das Modul Handlungsaufruf. Jetzt könnte man ja auch sagen, okay, das sieht hier ein bisschen freigestellt aus. Es wäre ja ganz schön, wenn diese Farbe hier auch in der ganzen Zeile angezeigt würde. Machen wir das doch einfach mal. Also ich klicke hier auf die Einstellungen für die gesamte Sektion und kann jetzt hier die Hintergrundfarbe auswählen. Klicke dann hier auf Hintergrundfarbe und müsste sie dann jetzt nur entsprechend auswählen. So, ich vermisse hier jetzt noch eine Möglichkeit, direkt an die Farbe dran zu kommen. Ja, das geht nicht. Das heißt, ah, okay. Ja, das passt nicht ganz von der Farbe her. Ich muss also erst die Farbe herausfinden. Dazu muss ich mir den Hexcode aus dem Quellcode der Website raussuchen. Und wenn ich das jetzt mal hier einfüge, na, so, dann habe ich auch die gleiche Farbe als Hintergrundfarbe. Und so würde das dann aussehen. Hey, das macht Spaß. Fügen wir doch einfach mal ein paar weitere Content-Elemente ein. Dazu ein neuer Abschnitt, regulär und eine einfache Zeile. Und was fügen wir als nächstes ein? Wir haben Text, Bildtext, also wird es wieder Zeit für weitere Bilder. Nehmen wir doch einfach mal ein Slider. Und als Slider können wir ja nicht nur Bilder anscheinend, sondern sogar auch Text einfügen. Was die Qualität der Divi-Übersetzung ins Deutsche betrifft, da sehen wir dann hier auch Beispiele dafür. Neues hinzufügen, gleiten. Aber es ist in der Regel doch ganz gut übersetzt und wir können uns schon vorstellen, was das hier bedeutet. Hier gibt es noch etwas Zusätzliches, was wir hinzufügen können und hier zum Beispiel sogar auch mit einem Bild oder sogar einem Video. Nehmen wir doch einfach mal ein Bild und wie wäre es mit diesem hier? Mittel, sagen wir mal groß, einfügen, okay. So, okay. Und jetzt haben wir hier unseren Glider. Wunderbar. Drei verschiedene Elemente und die werden sogar mit wundervollen Animationen eingeblendet. Natürlich sollten die nicht die gleiche Farbe haben wie da drüber. Dann gehen wir doch einfach mal hin und verändern hier die Farbe und da gehen wir mal auf Hintergrund, Hintergrundfarbe. Ah, so. Da sehen wir auch direkt, dass die Hintergrundfarbe der Zeile tatsächlich eine andere ist im Vergleich zu dem Element selbst. Also klicken wir in das Element rein und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass hier Elemente ineinander geschachtelt sind und unter Umständen müssen wir jetzt sogar, wenn wir diese Farbe nehmen, ich vermute sogar, dass wenn wir einen weitergehen, dann, nee, tatsächlich gilt das für alle Elemente. Das ist natürlich super. Ich hatte befürchtet, dass wir vielleicht für jedes der drei Elemente jetzt die Hintergrundfarbe einstellen müssten. So, jetzt brauchen wir nur noch die Hintergrundfarbe für die Sektion an sich. Hintergrund, da wir eine von denen hier genommen haben, können wir das ganz schnell anpassen. Wunderbar. Inwiefern sich diese Farben stechen, weiß ich nicht. Das musst du beurteilen. So, wie wäre es damit, wenn wir jetzt noch eine Sektion einfügen, die etwas anderes enthält? Na, sagen wir mal einen Button zum Beispiel. Machen wir da eine Zeile rein und jetzt hier ein Button und ich hätte jetzt ganz gerne einen Button hier drin, der tatsächlich riesengroß ist, da wo man auf jeden Fall draufklicken möchte. So, und was die Arbeit mit Divi betrifft, so habe ich ja schon gesagt, man verbringt eine Menge Zeit hier drin. Fügen wir einfach mal einen Link hier ein und ihn dann auf Design. Und jetzt möchte ich mal gucken, was mir Divi hier für Einstellungsmöglichkeiten für das Design dieses Buttons tatsächlich liefert. Also erstmal möchte ich den in die Mitte haben. Der soll riesig werden, so möchte ich den gerne. Der Text, Text hell und dunkel lässt mich darauf schließen, dass es mir möglich ist, in den generellen Einstellungen, die wir uns nachher mal angucken, die Definition von hell und dunkel zu beeinflussen, stelle ich mir so vor. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass es im Layout vorgegeben ist. So, jetzt der Button hier. Ja, da möchte ich ganz gerne benutzerdefinierte Stile verwenden. Und sobald ich da draufklicke, öffnen sich hier weitere Konfigurationsmöglichkeiten. Wow, okay, ja, genau. Noch größer. Kann ich auch 80, ja, 80 Pixel, das ist ja super. Also wer da nicht draufklicken will, das weiß ja auch nicht, was man da machen soll. Jetzt wollen wir vielleicht, ja, mal schauen, wie wäre es mit einem Verlauf? Ein Verlauf wäre doch perfekt, wenn ich jetzt hier einen Verlauf hinzufüge. Ah, wunderbar, von blau nach grün. Wie wäre es mit diesem grün? Und dann für diese Farbe Leder. Oh, wow, okay, das ist natürlich, das könnte aus den 80er Jahren oder aus den 90er Jahren stammen tatsächlich. Linear. Wie wäre es mit einem radialen Verlauf? Ja, das ist Anhässlichkeit kaum noch zu übertrumpfen. Gehen wir vielleicht dann doch mal ein bisschen konservativer. Ja, das ist doch ganz gut. Jetzt ist die Schrift Farbe allerdings zu dunkel. Ja, so, das passt doch. Das passt doch. Das ist doch ein super Button. Wer möchte da nicht draufklicken? Okay, ich gehe mal weiter runter, um zu gucken, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Startposition 0%. Was verändert sich hier? Ah, das bezieht sich auch noch auf den radialen Endpositionenverlauf über dem Bild platzieren. Hat das einen Unterschied für uns? Nein, nicht wirklich. Und die Rahmenbreite. Der Rahmen ist anscheinend, ja, jetzt ist er sichtbar, weil ich ihn auf rot gestellt habe. Wie wäre es, wenn ich den Rahmen auf blau mache? Ich glaube, wir brauchen keinen Rahmen. Das sieht auch ohne Rahmen super aus. Und wir können hier auch runde, ja, das ist doch noch viel besser, 24 Pixel gerundete Ecken und die Button Schriftart ist Default und das lassen wir auch mal so. Auch der ganze andere Text hat eine Default Schriftart. Ich möchte gleich noch zeigen, wie es möglich ist, die Schriftart global für die gesamte Website beziehungsweise global in den Einstellungen des Layouts zu verändern. Schriftstärke wollen wir ruhig mal ultra bold machen. Ja, genau. Je dicker und fetter und bunter der Button ist, desto mehr wird er hoffentlich geklickt. So, wir sehen, wir haben hier so viele Möglichkeiten. Am besten noch einen Schlagschatten da rein. Wunderbar. Entweder da drunter gehen wir die Stiele einfach mal durch, wenn wir schon dabei sind. Ja, das hier, das sieht doch sehr ansprechend aus. Hier kann ich jetzt noch den Abstand des Schattens genau definieren. Da mal zurückgehe. Ja, das sieht nicht gut aus. Aber sagen wir mal so. Ja, und all diese Möglichkeiten, die ich hier habe. Zwischenraum betrifft eigentlich alle möglichen Elemente, denn es geht hier um Margin und Padding, also den Abstand um das Element und den Abstand innerhalb des Elementes. Boxschatten bezieht sich tatsächlich auf drumherum und so. Das sind hier die allgemeinen Optionen. Die gehe ich jetzt mal nicht durch. Vielleicht kann ich es einmal anklicken, damit du sie auch mal gesehen hast. Hier sind die Filter tatsächlich. Hier kann ich zum Beispiel noch stärkere Farben einstellen. Macht natürlich kaum Sinn jetzt hier, wo ich eh schon so bunte Farben definiert habe. Beziehungsweise den Farbton entsprechend anpassen. Das ist doch super. Hier kann ich hier mit einem, mit einem Konfigurationsrad, will ich fast schon sagen, mit diesem Konfigurationsstreifen die Farbe des gesamten Elementes dann auch nochmal beeinflussen. Das ist doch perfekt. Transformieren, Animation. Es sind schon Animationen hier eingestellt, deswegen möchte ich hier keine weiteren Animationen einfügen. Wo wir gerade dabei sind, fügen wir einfach mal eine weitere Sektion ein, regulär und nochmal eine Spalte. Und wie wäre es mit einem Informationstext? So, hier ist der Informationstext. Was mir hier gut gefällt, ist diese Sache, nämlich ein Bild, eine Überschrift und ein Paragrafen. Das hat man doch sehr oft, gerade bei Landingpages. Und schön, dass es dann hier auch direkt mit drin ist. Wählen wir einfach mal ein Bild aus. Hier ist Text, Bild und sogar ein Icon haben wir. Können wir doch da mal rein. Icon verwenden. Statt dem Bild. Also sagen wir mal dieses Icon hier. Okay, perfekt. Oder eben ein Bild. Und dann wählen wir mal ein Bild aus. Wie wäre es mit dem Straßenbild hier? Groß ist vielleicht etwas zu groß. Also machen wir Mittel. Okay, wir haben das Straßenbild. Und das ist ja auch perfekt dazu geeignet, um wirklich nebeneinander angezeigt zu werden, würde ich sagen. Das heißt, wir probieren jetzt einfach mal aus, was wir machen müssen, um tatsächlich mehrere Elemente davon zu nebeneinander zu haben. Und das können wir ganz einfach hinkriegen, indem wir diese Elemente duplizieren. Dazu gehe ich mit der Maus über das Element und klicke einfach mal auf Duplizieren. Schauen wir mal, was passiert. Ah ja, wir haben jetzt dieses Element nach unten dupliziert. Das ist nicht so, wie wir das haben wollten. Das heißt, wir müssen höchstwahrscheinlich hier erst mal die Spaltenanzahl auf zum Beispiel auf drei setzen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einfach via Drag & Drop dieses Element anzufassen und dann hier oben einzufügen. Okay, ich dupliziere jetzt noch mal dieses Element und mache genau das Gleiche hiermit, füge das da oben ein. Und jetzt habe ich drei von diesen Elementen tatsächlich nebeneinander. Muss nur noch meine Bilder anpassen und den Text natürlich. Okay, ich glaube, du hast eine sehr gute Vorstellung davon bekommen, was möglich ist bei Divi. Und es gibt natürlich auch noch deutlich mehr Content-Elemente, filterbares Portfolio. Das bezieht sich auf Beiträge und auf andere Sachen, die ich in der Datenbank tatsächlich gespeichert habe. Und Karten, Google Maps und so weiter kann ich einfügen. Diese animierten Elemente zum Beispiel, einen Kreiszähler. Was kann ich noch einfügen? Neue Zeile. Und Registerkarten, Seitenleisten, Shop-Elemente, also Produkte, die ich in meinem Shop anbiete, kann ich hier zum Beispiel, wenn ich auch WooCommerce installiert habe, einfügen. Ich habe jetzt hier keine Produkte drin, deswegen überspringe ich das mal. Testimonials, was andere über mich sagen. Videos. Ich bin mir ganz sicher, dass ich ja hier auch eine YouTube-URL einfügen kann oder entsprechend auch eine Datei hochladen kann. Ja, auch perfekt. So sieht das Ganze dann aus. Also, Divi bietet mir hier extrem viele Möglichkeiten. Es ist nur empfehlenswert, wenn du Divi das erste Mal installierst, dass du dann auch wirklich mal durch diese ganzen Content-Elemente durchgehst, dir für jedes Mal zwei, drei, vier Minuten Zeit nimmst und anguckst, was tatsächlich möglich ist. Denn das ist ganz wichtig, wenn du nachher deine Website baust, möchtest du ja wissen, welches Element du einsetzen musst, um entsprechendes Resultat zu erzielen. Bevor wir jetzt mit den allgemeinen Layout-Optionen weitermachen, möchte ich noch einmal zeigen, was jetzt hier unten es mit diesem Balken auf sich hat. Denn hier ist es möglich, Seiten entsprechend zu speichern, zu veröffentlichen. Das mache ich auch jetzt mal, weil ich möchte anhand dieser Seite nachher meine Layout-Optionen beeinflussen oder ergänzen ergänzen oder ändern. Und ich kann hier zum Beispiel auch das Layout checken daraufhin, ob es auch responsiv ist. Und sehr interessant bei Divi ist auch die Möglichkeit, umzuschalten in etwas, was ja vorher ein Backend-Edit-Erlebnis gewesen wäre. Hier kann ich jetzt, ohne dass ich die ganzen Animationen habe, zum Beispiel Sektionen nehmen und verschieben und auch Elemente darin hin und her schieben, duplizieren und so weiter. Das macht unter Umständen Sinn, gerade wenn man sich ein bisschen besser mit dem Layout-Editor auskennt, dann hier drauf zuzugreifen. Oder andersherum, wenn man aus der Backend-Welt kommt, dann fühlt man sich hier wahrscheinlich dann auch wie zu Hause, weil man hier so arbeiten kann, wie man das vorher auch gewohnt war. Hier über die drei Punkte, ganz wichtig auch zu wissen, kann man sich den Editor oder das Editor-Erlebnis auch an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Was mir persönlich zum Beispiel nicht so gut gefällt, ist, dass es ständig rumtanzt, dass es so viele Animationen gibt und hier gibt es dann die Möglichkeit, in den Klick-Modus zum Beispiel umzuschalten. Und wenn ich jetzt hier mal das Ganze wieder ändere, dann ist es so, dass tatsächlich, wenn ich mit der Maus, wenn ich mit der Maus, dann hat er das gemacht. Gehe nochmal zurück in den Modus. Der Klick-Modus ist jetzt genau, ist jetzt eingestellt. Ja, hier sieht man nochmal den Unterschied. Also der Klick-Modus, wenn ich da mit der Maus über die Elemente fahre, dann springen mich nicht direkt die ganzen Bedienungselemente an, sondern ich muss erst klicken, damit tatsächlich das Ganze aufgeht. Und im Vergleich dazu, der Standard-Modus ist der Hover-Modus. Und hier ist es so, dass alles gleichzeitig aufspringt. Und das ist, oder es kann ein bisschen irritierend sein oder ein bisschen viel sein. Vielleicht stört mich das bei der Arbeit. Ich persönlich würde den Klick-Modus hier bevorzugen, lasse aber den Hover-Modus eingestellt, weil das die Standard-Auswahl ist. Jetzt habe ich tatsächlich hier unten aus Versehen ein Element gelöscht. Und jetzt könnten wir auch noch diese Funktion uns mal anschauen. Verlauf wird geändert, entfernt, Zeile. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, beziehungsweise auf rückgängig, dann wird mein Element wieder hinzugefügt. Also auch die Undo-Redo-Funktion in Divi ist funktionsfähig im Vergleich zu anderen Themes zum Beispiel und auch wirklich gut zu gebrauchen. Ach ja, vielleicht noch diese eine Sache und zwar in der Bibliothek speichern. Angenommen, wir haben uns die Mühe gemacht, dieses Element hier zu definieren. Das heißt, wir haben ein Element mit drei, mit jeweils einem Bild, einem Titel und einem Paragrafen. Aber wir wollen ganz gerne immer diese drei Elemente einfügen, weil wir wissen, wir machen immer drei. Dann können wir hier auf dieses Icon klicken und dieses Icon steht für in Bibliothek speichern. Wenn ich das in der Bibliothek speichere, dann kann ich dem Layout einen Namen geben und machen wir mal als Namen Bild, Titel, Text. Ich denke, das passt ganz gut. und zusätzlich eine sehr nützliche Funktion ist, wenn wir dieses Element in der Bibliothek als globales Element speichern. Denn jetzt ist es so, wenn ich dann dieses gerade gespeicherte Element einfügen möchte, dann klicke ich einfach hier drauf und statt eine Zeile einzufügen, gehe ich auf Divi Bibliothek und kann hier meinen Bild, Titel, Text einfügen. Und siehe da, ich bekomme direkt diese Dreierreihe angeboten. Und weil ich es als globales Element gespeichert habe, ist es so, wenn ich jetzt den Titel hier, wenn ich den also einmal ändere, ich klicke hier auf das Zahnrädchen und gehe mal auf Design, der Titeltext, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, mach mal eine H2 daraus, dann wird der Titel ein bisschen größer. Und wenn ich jetzt speichere, und jetzt ist ganz wichtig hier drauf zu achten, denn das ist ja unsere globale Vorlage, wenn ich das jetzt speichere und bestätige, dann wird auch gleichzeitig dieser Titel größer. Das heißt, egal wo auf der Website ich diese globale Vorlage verwende, wenn ich sie entsprechend ändere, dann ändert sich auch jedes Vorkommnis dieses Content-Elementes auf der gesamten Website. Und das ist natürlich ein echter Lebensretter, wenn ich also von vornherein mit den globalen Vorlagen arbeite, dann mache ich mir nach hinten heraus das Leben als Divi-Nutzer deutlich einfacher. Okay, für unsere Zwecke mache ich diese Änderung einfach mal rückgängig hier reingehen und das Ganze als V4, so wie es vorher war. Und tatsächlich, hier oben wird es auch wieder geändert. Also, noch einmal speichern. Schauen wir uns doch jetzt einfach mal an, welche Optionen Divi im Allgemeinen anbietet. Das sind wirklich eine Menge. Wenn wir im Backend Divi auswählen, dann haben wir die Möglichkeit, hier nach Kategorien die verschiedenen Optionen uns anzuschauen. Die Divi-Theme-Optionen bilden dabei alle möglichen Optionen nach oder ab, die der Theme-Nutzer entsprechend verwenden kann. Und das sind wirklich eine Menge. Also erstens, es lassen sich alle Optionen aktivieren oder deaktivieren, ein eigenes Logo einbinden, wenn man das hochladen möchte. Standardfarben definieren. Wir sehen hier den Blog-Modus, wobei ich dazu sagen muss, um einen Blog zu betreiben, mit Divi, bietet es sich eher an, das Extra-Theme zu nehmen. Aber immerhin haben wir auch die Möglichkeit, hier den Blog-Modus zu aktivieren. Und sogar Shop- und Kategorie-Seiten für WooCommerce lassen sich hier konfigurieren. Der Google-API-Schlüssel für die Google-Maps-Einbindung Schriftarten und auch die Facebook, Twitter, Google, Google-Plus-Profil braucht natürlich niemand mehr. Aber immerhin lassen sich hier die Profil-URLs auch entsprechend hinterlegen. Wir sehen hier die Anzahl der Beiträge für die verschiedenen Kategorien und Archivseiten. Das Datumsformat sollte vielleicht auf etwas Deutsches umgestellt werden und so weiter bis hin zu eigenen CSS-Anweisungen, wenn man die denn entsprechend integrieren möchte. Es lässt sich so gut wie alles konfigurieren. Wenn wir nach oben gehen, dann sehen wir hier auch Navigationsoptionen und auch hier gibt es Unterseiten in der Optionsleiste und ja, hier lassen sich noch mehr Einstellungen vornehmen. Ich gehe die einfach mal durch, sodass wir die einmal gesehen haben. Beitragstyp Integration, das bedeutet, wir können den Divi-Bilder verwenden, nicht nur für Seiten, sondern eben auch für Projekte und für Beiträge. Fortgeschritten, es werden ja zwischendurch Caching-Dateien erzeugt. Hier geht es weiter mit verschiedenen Einstellungen für das Layout. Für die Anzeigen sollte ich welche verwendet haben oder verwenden wollen. SEO-Konfigurationsoptionen, die zum Teil sinnvoll sind, aber insgesamt natürlich nicht über das hinausgehen, was zum Beispiel ein Plugin wie Yoast oder vergleichbare Plugins entsprechend anbieten würden. Aber es lassen sich immerhin für die Startseite und für Einzelseiten und für Indexseiten, also Überblickseiten entsprechende SEO-Optionen konfigurieren. Integration bedeutet einfach, wenn ich noch Code habe, der verschiedene Funktionalitäten integrieren soll, dann kann ich den hier entsprechend unterbringen. Das ist sehr gut, so ist es auch möglich, Eigenentwicklung und so weiter in das System zu integrieren. Aktualisierungen, da werden einfach nur die Benutzerdaten hinterlegt, sodass sich das Theme entsprechend auch aktualisieren kann. Alles ist also wirklich unglaublich konfigurabel. Schauen wir uns als nächstes mal den Rolleneditor an. Der Rolleneditor ist ein besonderes Feature von Divi, was es ermöglicht, dass bestimmte Leute, denen entsprechende Rollen zugewiesen sind, wieder mehr oder weniger können als eben andere Leute. Und das bedeutet, ich kann das System so konfigurieren, dass eben nicht jeder frei mit dem Layout rumspielen kann oder Änderungen am Theme vornehmen kann, je nachdem, ob ich einen Administrator habe, einen Editor, einen Autoren oder einen Kontributor. und der Administrator, das sehen wir hier, der kann natürlich an der Bibliothek arbeiten und an den Theme-Optionen und so weiter. Das würde jetzt für einen normalen User ja gar keinen Sinn machen. Aber wir können hier wirklich bis hin zu den Modulen, die verwendet werden können, alles Mögliche aktivieren oder deaktivieren. Sinn machen beim Administrator macht das natürlich nicht, aber zum Beispiel für die Autoren, die einfach nur Texte einpflegen, würde das schon entsprechend Sinn machen, um den entweder die Arbeit zu vereinfachen oder eben zu verhindern, dass die Fehler machen können. Das ist sicherlich eine Funktion, die man so bei den meisten anderen Themes nicht findet. In der Divi Bibliothek finden wir die Snippets oder die Vorlagen, die wir entsprechend auch definiert haben, schon im Frontend Editor im Divi Bilder sozusagen. Da sehen wir es auch, das sind die Vorlagen, die wir da entsprechend abgespeichert haben und die können wir hier auch nochmal überarbeiten. Das wird mir hier mit dem Backend Editor angezeigt, den ich natürlich auch umschalten kann, aber ich muss gar nicht glaube ich hier ins Detail gehen, es geht eben um die Vorlagen, die wir in der Bibliothek gespeichert haben. Kommen wir als nächstes hier, das hier ist nur ein Link zum Standard WordPress Theme Customizer, bei dem ich eben auch alles umstellen kann, alles konfigurieren kann, was mein Layout betrifft. Also Größen, Breiten, allgemein vielleicht auch die Typografie zum Beispiel und schauen wir uns einfach mal an, wie das hier funktioniert. Am besten gehen wir einfach mal durch diese Einstellungen hindurch. Wir sehen auch entsprechend die Sachen, die hier konfiguriert werden können, nichts Neues, also wer sich mit WordPress auskennt, der weiß eben schon über den Theme Customizer und sehen wir einfach mal hier rein, was man alles machen kann. Typografie beispielsweise kann ich hingehen und jetzt mein Default Theme Font entsprechend anpassen beispielsweise an einen Font, der mir besonders gut gefällt. Also hier können wir beispielsweise mal einen anderen Font auswählen. Ich klicke einfach mal hier rein und wir sehen, die Überschrift der entsprechenden Fonts, die hier dargestellt werden, angepasst werden. Das wäre ja nicht schlecht, wenn das Ganze auf meinen Lieblingsfond umgestellt wird. Du hast mit Sicherheit einen eigenen Lieblingsfond. Ich mag ganz gerne Roboto. So, jetzt ist Roboto in den Headlines oder hier steht Schriftart Kopfzeile, was natürlich nicht ganz stimmt. Es dürfte hiermit gemeint sein, die Schriftart für die Überschriften. Und hier dürfte gemeint sein, die Schriftart für den Font. Mal gucken, was passiert. Ja, also hier ist der normale Paragrafentext sozusagen und den kann ich ja dann auch mal auf Roboto umstellen. So, jetzt ist alles so eingestellt, wie ich das gerne hätte und diese Einstellungen, die kann ich jetzt auch mal veröffentlichen. Gehen wir einfach mal weiter in die Layout-Einstellungen. Hier sehe ich also, dass ich mein Layout entsprechend auch noch anpassen kann. Vielleicht können wir hier einfach mal auf die Divi 3 Seite oder auf die Beispielseiten schauen wir uns die mal an. Was wir jetzt hier zum Beispiel bei der Seite, die ich vorher überarbeitet habe, sehen, ist, dass hier entsprechend auch Roboto übernommen wurde und hier auch und so weiter. Und das ist genau das, was ich vorher dann nicht konfigurieren musste. Ich könnte natürlich auch, wenn ich das wollte, die Schriftart separat bestimmen. Das heißt, wenn ich diese Seite bearbeite, könnte ich die Schriftart bestimmen, aber es ist natürlich deutlich schlauer, das im Backend zu machen und einmal über die Optionen, über den Theme-Customizer einzustellen, wie die Fontarten auf der Seite aussehen sollen. Auch das hier dürfte Roboto sein. Wunderbar und jetzt ist das auch genauso, wie ich das haben wollte. Wenn ich jetzt die Inhaltsbreite verändern wollte, zum Beispiel 1080, ich könnte jetzt hier mal auf 1200 gehen, testweise, dann wird das alles auch noch ein bisschen breiter dargestellt. Ich denke mal, 1080 ist eine gute Breite für die Spalte, die hier in der Mitte ist. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier hellblau ist und das so, aber wahrscheinlich habe ich vergessen, das Ganze umzustellen. Wie hoch die Sektionen und die Zeilen sein sollen, die Akzentfarbe im Design, all das kann ich hier einstellen. Die Hintergrund Grafik oder beziehungsweise die Hintergrund Bilder, die Website Identität, das ist ganz normal. Ich meine, das hat der normale Customizer auch, hier kann ich den Namen meiner Website festlegen und wir gehen einfach mal weiter in die Kopf, Header-Formate, primäre Menüleiste, das ändert sich im Prinzip nicht oder das ist nicht anders als in den normalen Optionen, deswegen müssen wir, glaube ich, hier nicht so viele Wörter zu verlieren. Schauen wir noch mal weiter, mobile Designs, hier lässt sich noch mal pro Gerät, also zum Beispiel Tablet einstellen, wie die Sektionshöhe sein sollte. Sektionshöhe, Zeilenhöhe, da müssen wir eigentlich einen Unterschied sehen, wenn wir die Zeilenhöhe, ja, die Zeilenhöhe, der Unterschied zwischen den Zeilen, wenn wir das jetzt noch mal hochsetzen, so, ja, jetzt haben wir mehr Platz dazwischen, zurücksetzen, Schriftgröße im Body, allgemein für das Tablet, kann ich hier beeinflussen und das ist natürlich super, weil ich dann nicht unbedingt im Divi-Bilder selbst für jedes einzelne Gerät, jedes einzelne Element optimieren muss. Macht also Sinn, veröffentlichen, fertig. Mein Tipp ist nur, wenn du eine neue Website aufsetzt, grundsätzlich einmal nachzuschauen, was in den Customize-Einstellungen tatsächlich drin steht und das richtig zu konfigurieren, das erspart dir nach hinten heraus unglaublich viel Arbeit. Das gilt übrigens für jedes Theme und nicht nur für Divi. So, wir machen das Ganze mal zu und sind damit dann auch durch, was die Einstellungsmöglichkeiten für das Theme Divi betrifft. Ich hoffe doch sehr, dir einen guten Überblick über das, was Divi kann, gegeben zu haben. Möchte dir auch vielleicht noch eine Kleinigkeit zeigen, etwas, was wirklich mich überrascht hat und besonders ist an Divi, ist, dass man sehr leicht auch Split-Tests durchführen kann. Was sind Split-Tests? Also, ich möchte vielleicht herausfinden, ob dieser Button hier besser funktioniert, wenn Klick mich draufsteht versus jetzt anklicken zum Beispiel. Das heißt, ich könnte hier einfach auf die drei Punkte gehen und sagen, aktiviere einen Split-Test und klicke auf OK und kann dann hier entsprechend draufklicken, Objekt-Variation, gebe dann hier zum Beispiel jetzt klicken mit Ausrufezeichen ein und jetzt testet Divi automatisch 50-50 für mich, welche Variation davon am besten funktioniert und wenn ich die verschiedenen Variationen, die ich angelegt habe, mir anschauen möchte, kann ich einfach hier auf den Pfeil gehen und da sieht man, klick mich oder jetzt klicken. So, und wenn ich mit dem Ergebnis des Split-Tests zufrieden bin, kann ich den Split-Test auch beenden. Außerdem habe ich die Möglichkeit, hier unten über das Menü und die Gliederungsansicht zu sehen, dass sich in diesem Bereich tatsächlich ein Split-Test befindet, Variation 1 und Variation 2. Wenn ich jetzt herausfinden will, wie meine Statistiken sind, kann ich einfach auf dieses Symbol hier klicken und schon geht die Split-Testing-Statistik auf. Nun, jetzt werden die Daten erstmal gesammelt. Ich müsste das Ganze natürlich auch erstmal veröffentlichen, aber wenn dann auf einer Live-Site dieses Split-Testing geschaltet ist, dann kann ich im Laufe der Zeit zuschauen, welche Variation, welche Variante am besten funktioniert und ich kann auch einstellen, dass Divi Leads heißt das eigentliche Plugin, was hier im Hintergrund wirkt, automatisch den Gewinner dann zu dem Element macht, was sich durchgesetzt hat. Also angenommen, jetzt klicken funktioniert besser als die Variante Klick mich, dann wird jetzt klicken automatisch dann in der Zukunft verwendet, wenn es sich eben durchgesetzt hat. Was ich ziemlich cool finde, diese Funktionalität bekommst du sonst nur, wenn du zusätzliche Plugins erwirbst und in der Regel ist es auch so, dass diese Plugins dann etwas schwieriger zu konfigurieren sind als das Divi und bei Divi bekommst du das einfach so dazu geschenkt. Aber nicht nur das, es gibt tatsächlich noch deutlich mehr. Also zum einen bekommst du auch zusätzlich noch das Extra-Theme und das Extra-Theme ist, wie du hier sehen kannst, eher für Leute gedacht, die mit ihrem WordPress eine Art Magazin anbieten wollen oder ein Blog, was eben so aussieht. Denn das Standard-Divi-Theme ist eher dafür gemacht, Seiten anzubieten und Landing-Pages zu bauen, mit denen sich dann Produkte und Leistungen zum Beispiel anbieten lassen. Sei es jetzt der Coffee-Shop, sei es ein Friseurladen oder eben auch ein Software-as-a-Service-Anbieter, das spielt eine untergeordnete Rolle. Das Standard-Divi ist eher dafür gedacht, solche Websites zu bauen und das Extra-Theme, was genauso aufgebaut ist wie Divi. Das ist eher dazu gedacht, hier solche Publikationen aufzuziehen. Auch das ist quasi direkt, also das ist installierbar und man installiert es statt des Divi-Themes. Es gibt aber noch mehr und zwar Bloom. Und Bloom ist ein E-Mail-Opt-In und Lead-Generation-Plugin für WordPress. Was lässt sich damit machen? Es lassen sich jede Menge Pop-Ups hiermit definieren und implementieren und zwar basierend auf einem Triggersystem, was ich frei konfigurieren kann. Das heißt, je nachdem, was passiert, ob zum Beispiel jemand mit der Maus rausgeht aus dem Bildschirm, dann wird entsprechend ein Opt-In Pop-Up angezeigt. Entweder zum Beispiel hier symbolisiert im Text oder an der Seite vom Text oder eben als Pop-Up über der ganzen Seite und so weiter. Ja, also auch das ist wieder eine Funktionalität, die man normalerweise bei einem Theme dazukaufen muss. Das ist aber bei Divi schon direkt mit integriert. Und dann gibt es auch noch Monarch und Monarch ist im Prinzip ein Plug-In, mit dem ich meine Social Buttons integrieren kann. Facebook, Twitter, Pinterest und so weiter. Und der Vorteil bei der Nutzung von Monarch über über das Divi-Theme ist, dass auch noch ein Tracking eingebaut ist. Das heißt, nachher kann ich mir angucken, wer genau wie oft auf meine Sharing-Plug-Ins geklickt hat, um so herauszufinden, wie viele ich davon tatsächlich anzeigen muss. Denn je mehr Informationen ich auf meiner Website oder auf meinen Seiten anbiete, desto unübersichtlicher wird das ja auch. Ich scrolle mal hier runter. Man sieht auch, dass man alles wunderbar anpassen kann. Und ähnlich wie bei dem anderen Plugin, ähnlich wie bei Bloom, funktioniert das Ganze auch mit einem Triggersystem. Wir sehen es hier, automatische Pop-Ins und Fly-Ins gibt es auch. Und das ist natürlich auch eine sehr gute Sache, die Divi hier zusätzlich mit anbietet und mir ermöglicht, kostenlos zu verwenden. Also mir ermöglicht, dass ich eben kein zusätzliches Plugin kaufen muss. Ich möchte dich auch noch auf unseren Beitrag aufmerksam machen, den wir hier im Search-One-Magazin haben. Da kannst du nochmal alles detailliert nachlesen und außerdem, wenn du ganz nach unten scrollst, kannst du Divi auch noch über unseren Affiliate-Code für 20% Nachlass erwerben. Das heißt, hier entstehen dir keine zusätzlichen Kosten darüber und uns und das Magazin unterstützt du damit auch noch. Vielen Dank und viel Spaß mit Divi. Bis zum nächsten Mal.